Okay, ich habe ihn gefunden, beziehungsweise das Internet hat's gefunden. Ich musste nachgucken. Und ich muss tatsächlich nochmal hier hin, ja, in meine Liebenstelle. Und hier kann ich auch so toll rollen, ne, also um mich hier zu schützen vor den Sachen. Ich feiere ja auch nicht in Matschepampe oder so, ne. Ne, mein Fehler war nämlich, warum ich den nie gesehen habe, ich bin immer zuerst hier reingegangen, oder so gut wie immer, bevor ich den Kollegen Kartoffelnase angesprochen habe. Denn, da auf einer einsamen Insel, wo ich wahrscheinlich nie vorher war, möchte ich jetzt auf jeden Fall die ausschließen. Ähm, ja, da befindet sich der dritte Grabstein. Weil da gibt's keine Murmeln, deswegen war es für mich immer grundlos, dort hinzugehen. Aber okay, also das ist auf jeden Fall erstmal nur noch eine machbare Strecke, meiner Meinung nach. Da, seht ihr ihn? Ah, guck mal, da ist die alte Drecksau. Hätte man, hätte man sehen können, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nur nicht schnurstrack selbst wieder hier hinkommen. Ich danke dir. Ich liebe dich, Piranha. Hier liegt Partylabelle. Sie erreichte den zweiten Platz. Konnte nicht das Tempo halten. Ah, guck mal, und die letzten drei, die mir noch fehlen. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie heil dort hinkommen. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir es hinbekommen. Weil selbst, wenn ich den Sprung jetzt nicht schaffen sollte, wir sollten eigentlich genug Energie haben, um dort herumlaufen zu können. Ist aber offensichtlich nicht notwendig. Das ist wundervoll. Oh ja. Oh. Okay, noch hab ich nicht 100. Ich sollte mich noch nicht zu früh freuen. Okay. Du, du Schnellwitz. Oh, okay. Wirklich kein unnötiger Energieverlust. Ich muss ja bedenken, dass unten natürlich auch die scheiß Hasen auf mich warten. Okay. Aber wir haben jetzt die letzten befreit. Oh mein Gott. Ich hab ja nämlich zuerst gelesen, äh, wo ich so, ja, ja, geh zurück zum Anfang, nachdem du dir angesprochen hast und den einen Grabstein gemacht hast, ne, und geh die Treppen hoch. Da denke ich, okay, da soll die sein. Aber nee, die eine Insel, die hab ich schon immer gesehen, weil ich meine, auch da war ich auch noch nie drauf, aber ich kam nicht auf den Gedanken, da vielleicht auch mal drauf zu gehen, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Es kann natürlich gut sein, tatsächlich, dass die Grabsteine erst dann aktiviert werden, wenn ich Mr. Totenkopf auch anspreche. Wird wahrscheinlich auch so sein, denke ich mal. So, okay, aber jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Denn, äh, ich habe nicht mehr so viel Energie, äh. Also ich muss die Hasen wirklich töten. Los. Okay. So, 15 Energie für den Dennis. So lobe ich mir da. Jetzt muss ich mal gucken, wo der scheiß Weg war. Ich glaube, hier war der direkt, ne? Ganz nach links. Ganz nach links. Dann geht's hier weiter. Jawoll. Und... Ach, ich liebe dich. Ich glaube, wir müssen das Level jetzt nicht mal so offiziell beenden, aber aufgrund der Strapazen renne ich hier nochmal raus. Und hol mir den scheiß... Äh, guck da, Ausgang. Einfach, weil ich's kann. Bin ich hier grad falsch? Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ui. Ha, 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 ha. Juhu. So. Nie wieder. Nie wieder dieses Kack-Level sehen. Echt. Oh, bin ich glücklich. Oh. Wie viele Parts hänge ich hier schon seit? Sechs Parts oder so? Die waren auch alle nicht allzu kurz. Oder noch länger. Ey, ich hoffe wirklich. Ich bitte darum. Für mich und für euch, dass die letzte Welt nicht so ist wie diese hier. Aber wie gesagt, die anderen beiden Level waren zwar von Grundsatz her cool, aber aufgrund der kryptischen Scheiße, die am Ende noch kam, ne? So von, oh, schlag die Wand einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie was beim zweiten da jetzt irgendwie Phase war. Ich meine, abgesehen davon, dass ich einfach mal ein paar Sachen übersehen hab, war dann noch irgendeine andere Geschichte. Ja, ich will raus hier. Boogie Nights der lebenden Toten. What? Es gibt noch ein Level. Wie jetzt? Nee. Bin ich nicht. Was soll das denn jetzt? Was ist das? Ich wollte das Level beenden. Hey, was geht, Oma? Willkommen in der Gruft. Während du hier bist, vergiss nicht die Plattenteller zu besuchen. Sei Zeuge beim Zombie-Tanzwettbewerb oder benutze die hygienischen Toiletten. Eine grubigere Waffe konnte die Boxen und die Untoten zerstören. Viel Spaß. Es wird immer besser und besser. Das ist die Türsteherin, okay. Äh, nee, nee, lass mich weiterspielen. Okay, gut, dann haben wir hier halt noch ein Level von der Boost. Dann ist es halt so. Ich muss jetzt gerade jetzt mal raffen, wie ein Aufgeburt. Das ist wahrscheinlich ein Kreiswundergang, denke ich mal, ne? Gegen Gama. Hier ist die Herren-Toilette. Vielleicht ist das hier einfach nur so ein Bonus-Kram. Nein, es geht nicht. Du bist so schlau wie... wie Seiden. Verstehe ich nicht. Ach, das... Uff, das Ding in. Achso. Hey, was geht? Das kenne ich aus der Demo. Hey, es ist besetzt. Oh, du bist es. Was tust du da? Ich habe versucht, mich einzuschleichen, aber ich blieb im Klo hängen. Wenn du mich herausspülst, tue ich auch was für dich. Okay. Okay. Oh, okay. Da kann ich jetzt bestimmt hin, ne? Ey, ich will nicht das andere Level machen müssen. Oder durch das ganze Level laufen, nur damit ich hier hinkomme. Das finde ich ein bisschen kacke. Das ist auch nicht so ein weiter Weg, ne? Das heißt, ich müsste es jetzt eigentlich schaffen. Direkt. Gehen wir erstmal weiter, bevor wir da runtergehen. Heilige Shit! Bist du böse oder kann ich mit dir sprechen? Ah, du bist böse! What the fuck? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich scheint sich... Äh, wieder aufzuladen. Vielleicht zielen damit? Ja, okay, alles klar. Ich verstehe doch nicht so ganz, was ich hier tun soll, um ehrlich zu sein. Das hat hier auf jeden Fall einen tieferen Sinn. Nee, okay. Ich habe gehofft, dass der eine jetzt irgendwie kaputt geht. Ich raff's nicht, sorry. Was muss ich hier tun? Wie Simon Says oder so? Nee. Aber hier steht vielleicht was geschrieben. Nee. Okay. Irgendwie muss ich die Disco-Spacken hier wegkriegen. Was ist hier los? Oh mein Gott, ich muss mal eine andere Kamera nehmen. Ich muss hier andere irgendwie treffen. Nee. Ist schon mal falsch. Oder muss ich den Körper jetzt hier stören? Nee, das ist... Das ist... Das ist hier denn auch nicht. Okay, hier muss ich später... Ich begreife gerade noch nicht so genau, was ich hier tun soll. Ich komme ja nicht raus. Das ist ja lustig. Leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich auch eine lustige Kameraperspektive, wo ich nichts mehr sehe. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Was muss ich hier tun? Wo kann ich die beiden gleichzeitig haben? Doch, das geht auch, ne? Was ist da passiert? Der hat sich komisch nicht lustig gedreht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ziehen auch nicht mehr in die Spackus, ne? Ob ich jetzt irgendwie falsche Schritte oder so? Das wäre richtig cool. Guckt ihr mir? Jetzt komme ich mir auch raus. Hääääh! Ich verstehe es nicht. Aha. Sind wir drei? Aha, aha, aha. Amaha, amaha. Ik muss hier weg. Uiieieiei! Ich muss hierweg! ND JIN ... Omalse Es ist alles viel zu knapp. Waaaii hits Zu doof oder so! NAAA Nowi! הנ ok L Rushdruck Flo behaviour Ha! Das ist wüsstig, ne? Ah, okay. Ich brauch Energie? Wo sind sie jetzt? Vier? Ich weiß nicht, ob ich das hier grad so richtig mache, ne? Ob das... Aber ich komm offensichtlich weiter. Das ist schon mal gut. Ja, mich verreck hier. Oh, fuck. Wie viel ziehst du ab? Das ist ein bisschen viel, auf jeden Fall. Oh, okay. Hallo? Oh, okay. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Die alte Sackgrade. Ich geh jetzt direkt erstmal durch. Das mach ich jetzt erstmal zuerst, weil das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Aber ganz cool, ganz cool auf jeden Fall. Nur für Mitglieder. Funkige Waffen benötigt. Achso. Sorry. Mein Failo. Nehmen wir the fucking weapon. Baby, 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 Baby. Ich hoffe mal, ich krieg jetzt... Äh, ich darf jetzt wenigstens direkt ins Dritte. Das wäre natürlich super. Wenn ich das merken würde. Nein. Natürlich nicht. Ist ja klar. Okay, aber ich hatte am Anfang sehr viel Energie verloren, weil ich erstmal überhaupt checken musste, was ich hier machen muss. Und daher... Erstmal gucken, was gibt's hier denn hier eigentlich alles? Fünf trotzdem, okay. Was steht da? Achso, 28. Mein bestes Ergebnis. Ich dachte schon, das ist doch gerade 8. Also, das Beste ist hinter die Stellen und dann einfach schießen. Das passt schon. Okay, also, das geht, glaube ich, bis zu 6. Erstmal schön mit Nürmchen rein. Ich bin so ein... Ich bin so ein unfähiges Stück Toast, ne? Das ist unglaublich. Das Problem ist halt, die dürfen mich ja auch nicht treffen, weil dann sind die Köpfe ja wieder oben. Aber so geht das eigentlich ganz gut. in die Party springen. Aber ich dachte, ich müsste die wie zerstören. Komplett verrichten. Zwei Runden noch. Mit der Energie sieht auch erstmal ganz gut aus. Okay. Ich bin erwischt dann. Ah, ich rutsch vom Stick ab. Ach, shit. Ja, komm. Oh, verdammt. Nein, nein. Seht ihr, wie schnell er ist vorher? Kann das sein? Ich will den Weiten da haben. Den Weiten, den da will ich ja. Ich treffe ihn nicht, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ich muss zur Tür. Hab ich heute schon mal gebracht. Sollte auch Sänger werden. Äh, wo ist die Tür? Ach, da hinten. So, jetzt verschniselt euch. Ah, nur vier. Ja, cool. Ja, dann ist es, äh, okay. Ja, Wunderbärchen. Aber hier kann ich auch jemanden machen. Oder? Da, guckt ihr? Das ist, das ist nicht... Warum bin ich da drauf? Warum sind hier so viele Earth of Gyms? Das ist doch nicht richtig. Ah, ah, ah. Bin ich jetzt rausgekommen? Ist hier die Herrentoilette? Bäh. Ich behaupte, ja. Ach, guck mal. Ey, Murmelrekord gebrochen. Hat er mir jetzt gar nicht gesagt? Der Arsch. Was geht? Bla, 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 bla. Bla, bla. Fuiapascha. Soll ich da jetzt schon mal direkt runtergehen? Ja, ich glaub, ich geh schon mal runter. Aber das gefällt mir schon wieder unten nicht, weil ich das hier, ne? Aber wobei, das sind, glaub ich, Sachen, da kann man reinfallen, aber man, 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 man spawnt Reh. Wenn man so sagen kann. Ah, okay, ich nehm nur auf. Das ist gut. Aber das Mikrofon ist mega... Hat ein mega leichten Ausschlag. Ich hoffe mal, es ist laut genug. Hey, hey. Ich hab nichts umgestellt. Was passiert hier? Weil ich hier auch... Heilige Scheiß, was ist das denn? Kann ich dich töten? Vorsichtig nicht. Alter, willst du mich verarschen? Ah, okay. Ist so ne Murmel hier. Ne, ist keine Murmel hier. Ich kann die Kamera... Alter, Vater, okay. Ohne Suppe brauche ich jetzt nicht unbedingt, um Spaß zu haben. Ich hoffe mal, wenn ich sterbe, dass ich die Disco-Kacke nicht nochmal machen muss, ne? Ich hab's ja schließlich geschafft. Ach, okay. Das sind offensichtlich Gegner. Ist da irgendwas? Warum sollte ich da hinwollen? Schon alle Boomboxen noch kaputt machen? Gibt auch nochmal was Tolles. Ich wette ein Euter. Aber erstmal die Kamera so ein bisschen... Ui, der versankt, oder? Ui, der versankt, oder? Ui, der versankt, oder? Ui, der versankt, oder? Bis zum nächsten Mal.